Folgendes Spiel. Zwei Jungs kamen zu mir und haben gesagt, ey, wir wollen Philipp verarschen, indem sie sich in eine Tonne setzen, im Eimer Wasser warten bis Philipp die Tonne aufmacht und die dann nass machen. Das lasst man natürlich nicht auf uns sitzen. Ich habe Philipp eingeweiht und jetzt geht Philipp einfach zur Tonne hin mit einem Eimer Wasser und schüttet den einfach drauf. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich weiß, ob es funktioniert. Philipp, bist du bereit? Dann rollen wir mal die Noten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.